Ich habe wahrscheinlich eh einen ganzen Haufen Steine übersehen, beziehungsweise einen ganzen Haufen, äh, Abbilder von unserer Mutter, die waren echt gut versteckt, nämlich. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla, and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. Und letztlich dafür dann die Verantwortung tragen. Könnte ich mir vorstellen, einfach weil wir hier als rummarschiert und wirklich die, der einen nach dem anderen töten. Ich vermute aber, dass das hier alles so ihre Wahnvorstellungen hier sind, die ganzen Leute, die hier sehen, diese ganzen Monster, dass das alles vielleicht Wachen sind, echte Menschen sind, die wir gerade einfach hier abmurksen in unserem Wahn. Ich bin mir aber echt, aber echt unschlüssig. So, einmal speichern, sehr gut. So, ich frage mich jetzt echt so ein bisschen, ob das jetzt das Ende ist. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Oder wir müssen jetzt hier gegen Dingens kämpfen, gegen Hella kämpfen, diesem riesigen Areal mit den ganzen Treppen hier. Weil Hella war ja so riesen... Hella war ja riesengroß. Kann ich den ja schon runterschubsen. Aua. Geh weg. Ich hab was anderes mal probiert. So, ciao. Ach ja, du schon wieder. Ich weiß, der ist hinter mir. Geh weg. Nein. Ich hab eh ne bessere Kämpfe. Aua. Ach, du schon wieder. Alter. Ich hasse diesen Typen. Nein. Mauer. So, zum Glück kann ich zweimal Fokus machen. So, Schildmann. Adieu. Ach, du... Da ist auch noch einer. Okay. Okay. Ich fühle noch. Ich sehe gar nichts mehr von lauter Symbolen. Das ist doch nicht... Alter, was ist denn hier los? Noch mehr, bitte. Ich brauche noch mehr Gegner, finde ich. Oh, komm. Kann ich erst mal... Ich wollte eigentlich erst mal ein anderer Platt machen da, aber... Dem ich Platt machen. Der hat sich, glaube ich, getarnt, nämlich. Es ist nahe vorbei. Ach, komm jetzt. Ist doch mal gut. Ich... Aua. Aua. Ach, komm jetzt. Das ist ein bisschen übertrieben, gar... Äh. Klar, spawnt noch mehr. Ich fühl das gerade... Äh. Ach. Äh. Hallo, ich will den hier. Ich finde das gerade ein bisschen übertrieben hier. Oh, komm. Ist doch nicht wahr. Ähm... Ja, ist okay. Es könnte langsam aufhören. Fokus jetzt. So. Ich seh nichts mehr. Ich seh so viele Symbole hier, gerade so viele Funken. Das ist unfassbar. Ähm. Aua. Naja, Gag. Nein! Alter. 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 Ich fand das jetzt ein bisschen übertrieben hier auf der Brücke. Also nur geringfügig. Wenn sie sich selbst verbringt, sie uns verbringt. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen nicht sterben. Ich gehe schreife. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen nicht sterben. Und wenn jeder пропelt, sogar die gods dermisieren. Wir wollen nicht sterben. Stop. Ich wollte nicht sterben. Senua? Senua. Stop. Stop. What happens to us? Senua. Okay, die Stimmen machen mich gerade ein bisschen kirre. Du wirst nie wiederkommen, wenn du da bist. Es gibt nichts mehr zu zurück. Wir haben uns jetzt nur einen anderen. Don't abandone mich. Everyone suffers. Sie waren richtig über mich. Listen to me. Not them. Sie sind Angst. Wie Kinder, die Angst vor dem Schmuck. Ich war das. Sie haben monster gemacht, um die Vögel zu erfüllen. Das macht sie nicht real. Sie macht sie real. Nein! 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 Es ist so, als ob es weiß, dass der echte Träume drin ist. Erinnerungen, die man nicht zufrieden kann. Man kann nicht zufrieden. Das ist ihre Hölle. Was ist das? Geh weg! Mutter! Du siehst mich nicht. Mutter! Geh weg, Senor! Geh weg, Senor! Siehst du es, Senor? Siehst du die Dunkelheit? Die haben sie verbrannt. Oh Mann! Oh Mann! Ich erinnere es sicherlich. Sie hat nichts zu gefährden. Die Gäste haben deine Mord. Durch meine Hand. Sie hat sie verbrannt. Sie hat sie verbrannt. Oh Mann! Oh Mann! Sie hat sie verbrannt. Sie hat sie verbrannt! Sie hat sie verbrannt. Sie hat das mit ihnen gemacht! Warum? Oh mein Gott. 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 Sie war zu weich, um die Schmerzen zu kämpfen und sie abzuhalten. Du hast sie verletzt! Du hast sie töten! Du bist die Schmerzen! Die Schmerzen, die Jahre der Isolation, die Schmerzen, die dich immer schützt. Du bist die Schmerzen. Du bist die Schmerzen. Du bist ein Schmerzen. Die Schmerzen ist in der Schmerzen. Du bist ein Schmerzen! Du bist ein Schmerzen! Du bist die Schmerzen. Die Schmerzen ist hier. Du kannst es nicht wegschrauben. Du wirst sie sehen, als du dich schützt, die Schmerzen, die Schmerzen. Ich werde dich nicht töten! Ach, ich habe dich nicht mehr im Hintergrund! Achste Öl! Ach, du bist die Schmerzen zu schützen! Deswegen schützt sie mir vorhin! Ach, du bist die Schmerzen zu sein! Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hasse dieses Vieh. Ich wollte den anderen maskieren eigentlich. Den hier wollte ich eigentlich, mit seinem Schild. Bevor das hier ausgeht. Alter, das arme Kind. Da wird das Kind gezwungen, zuzuschauen. Äh, da killt der Vater, die Mutter und redet dem Kind ein. Oh, das war ein Rabenvater. Bevor sich, Zinn. Nein, geh weg. Bevor sich. So, okay. Alle weg hier. Ich schnetzle euch alle nieder. Wir sind irgendwie stärker, kann das sein? Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen im Blutrausch. Da wird die total schnell wegschnetzeln. Ähm, das finde ich episch. Ich hau dich mal runter ein bisschen, okay? Ähm, das finde ich... Ach, komm jetzt. Ich hab dich doch gerade umgebracht. Könntest du nicht einfach sterben? Bitte, danke. So, und, tschau. Ich kann durch deine Schmerzen sehen. Du bist ein Lüge und ein Mörderer. Und wenn du wirklich bist, Hela, dann habe ich eine Sorte hier, die einen Gott töten kann. Okay, was jetzt? Wann ich hier hoch? Ah, ich muss hier einfach weiter. Schau an dich. Ruhig vorwärts und schau zurück, um in deinem wunderschönen Vergangenheit zu wunderschönen. Du machst einen Fehler, um für Dillian zu suchen. Das gleiche Fehler, die ihn in der ersten Lüge zerstörte. Ich versuche dich zu retten, von dir selbst zu retten. Du glaubst, dass es eine Lüge ist. Die Blüge der Dörren, die Brüge der Dillian von den Wolfsland. Du sahst es dir selbst. Du sagst, dass ich alle, dass ich kursiert bin. Ich versuche dich zu retten. Ich versuche dich zu retten. Sag mir, Zinnua. Wo ist Dillian, wenn die Dörren ist, wie sie sie schützen? Er ist hier. Ich weiß, er ist hier. Oh, Mann. Was bist du denn? Äh... Ah! Mein Freund, der... Ah ja, ich müsste das abwehren, kann ich aber nicht, weil ich kann nicht fokussieren. Oder muss ich nicht fokussieren, ich bin mir nicht sicher. Ich habe leider nichts, was ich mir entgegensetzen kann gerade. Ich muss jetzt aufladen. So, jetzt mache ich dich wieder. Komm. Ah, das ist Surth jetzt. Wir kämpfen gerade gegen die Erinnerung. Äh... Da kommt das Viech jetzt. Sehr gut. Okay, jetzt kommen alle Gegner nochmal, die wir gerade schon besiegt haben. Ach komm, ist das dein Ernst? Und alle gleichzeitig, oder was? Äh... 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 Geh weg! Das finde ich irgendwie gerade nicht gut. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen die Dunkelheit nochmal von vorne. Fantastisch. Komm, stirb einfach. Ja. So, Dick. In deinem blöden Feuerschwert. Ah, jetzt hat er geswitcht wieder. Okay, einmal gespeichert. Dillian! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him! Dillian is gone. Dillian is dead. Let him go now. I'm warning you. Or what? What can you do to me, that you haven't already? Dillian, you betrayed your own father. You betrayed the gods in search of Dillian. In search of love. Look, where that's got you. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillian. Niemals! Ich werde Dillian retten. Und... Aus dir mache ich Hackfleisch. Wir werden irgendwie immer stärker, kann das sein? Was ich sehr begrüße, weil die Creeps hier immer mehr werden. Hilft das vielleicht, die mehr Runen wir haben, dass man stärker wird? Äh... Warum machst du alles dunkel? Das ist das. Was passiert? Nein, geh weg! Oh, komm! Nein! Ich bin angereist. So, ciao. Jetzt aber. Allons-y! Einmal durchschmetzen, bitte! Einmal Hackfleisch! Watch out! Aua! Ach! So einer ist hinter mir. Sehr gut! Aua! Sehr gut! Aaaaah! Hehehehehehe! Ich find das mir übertrieben gerade! Ah ja! Die Dunkelheit hinten kommt auch noch. Schön! Wunderschön! Äh, ja. Aaaaah! Ie! Okay, weg! Oh, komm, ja! Der hat Moves drauf, ne? Das ist unglaublich. So. Und weg. Okay, der ist tot. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Ich fühle mich nicht sicher, ob die überhaupt sterben hier. Äh, ach komm. Nicht mehr lange. So, den Schildtypen weg. Äh, Meister Kolossus hier auch bitte. Ja, komm, Meister Kolossus, stirb. Sag mal. Sag mal. Hört das nochmal auf hier? Ich finde das gerade mega anstrengend. Ich sehe nichts. Ich finde es sehr, sehr toll, dass wir die mit ein paar Schlägen tot machen, aber die Gegnermasse ist noch extrem hier. Oh, Alter. Wie viele denn noch? Das wird langsam langweilig. Und anstrengend. Mir tut die Hand weh. Es stirbt doch endlich mal. Lass mich in Ruhe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den hier nicht hauen muss. Nein, den kann ich nicht hauen. Äh, ich stehe unter ihm. Ich bin mir nicht sicher. Keine, dass ich den hier nicht hauen muss? Ja, ist mir klar. Ich glaube, ich muss den verprügeln. Dass der, was in der Mitte ist. Ach, komm. Nein, da hat er mich. Aua. Oh, Alter. Oh, ich kann den aber nicht anvisieren, den anderen. Also, keine Ahnung, wenn man den töten kann, dann kann ich ihn nicht anvisieren. Oh, Alter. Oh, ich krieg ja nicht mal mit diesem Fokus jetzt zusammen. Ich find das... Ach, komm, jetzt ist doch nicht wahr. Oh, Gott sei Dank, endlich. Jetzt fokussier doch mal die... Jetzt fokussier doch mal die Typen hier an. Mensch. Und zwar richtig. Und die kommen halt unendlich wieder. So. Ich muss den in der Mitte irgendwie hauen. Ich kann... Ich muss den hier irgendwie hauen können. Ich kann nix machen mit dem. Irgendwie checke ich das nicht, was ich hier machen muss. Boah, das ist einfach nur der Sinn, dass ich hier 10 Milliarden Creeps jetzt einfach niederklöppel. Die irgendwie unendlich spawnen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Das fühlt sich falsch an, was ich hier mache. Aber... Ich kann mich auch irren, aber... Ja, Alter. Was muss ich denn hier machen? Ich check's nicht. Ja, ich liege. Was muss ich denn hier machen? Ich check's nicht. Also ich check's wirklich nicht, was ich hier gerade machen muss. Boah, das fühlt sich so falsch an, gegen die alle zu kämpfen. Was ist denn hier? Weil das irgendwie keinen Sinn gibt. Beide auf, Zendel. Also nach meinem Verständnis müsste ich hier in der Mitte irgendwie platt machen. Aber der will irgendwie nicht. Den kann ich nicht angreifen. Behind you. Das ist gerade irgendwie... Das arscht mich gerade echt an. Ja, und jedes Mal, wenn ich diesen Ding ins kriege... Ja, komm, dann prügel die alle für mich ein. Ach, komm, das ist doch... Das ist doch echt arschig. Ach, komm jetzt. Das ist doch nicht wahr. Nein, ich lass nicht gehen. Geh weg. Das ist doch nicht wahr, echt. So, kann ich jetzt mal... Ich kann den nicht anbesehen. Also ich muss die hier bekämpfen. Oder muss ich mich töten lassen? Das fühlt sich aber auch falsch an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist irgendwie... Wie lange kämpfe ich denn hier noch? Das ist echt... Das nervt mich jetzt. Das ist irgendwie doof. Also das ist irgendwie... Ja, klar. Haut alle auf mich drauf. Ist kein Problem. Irgendwie ist das... Das fühlt sich... Das fühlt sich mega falsch an. Alter, ha! Sag mal, Senua. Lass dich von deinem Kampf. Was passiert? Du töst dich selbst. Das ist... Die Frage ist halt, ob die gerade... Ob die mir jetzt gerade gut gesonnen ist, meine Mutter. Oder ob die das ernst meint, mich so loslassen oder nicht. Das ist irgendwie... Aufgeben ist keine Option. Ich bin so weit gekommen. Ich bin so weit gekommen. Das ist doch echt... Das ist doch echt... Ja, ich weiß, dass ich um ein Single bin. Das bin ich seit 8000 Jahren hier, weil die alle nicht sterben wollen. Das ist so möglich. Gah! Watch out.